In der heutigen Folge von Budracer RC teste ich RC Scheiß von Aliexpress, damit er bei euch nicht versagt. Guckt euch das an! Ich kann diese Driftreifen nur allerwärmstens empfehlen, wenn ihr Bock mal habt mit drei Reifen zu fahren. Dann sind die richtig gut. Ich zeige hier nochmal, wo ich die gekauft habe, welche das sind. Die sind super. Vor allem ist es 18 Grad oder so oder 20 Grad. Ich bin ein bisschen irgendwo gegengeknallt seitlich, aber nicht annähernd dolle. Und ja, die anderen sind heile und der ist kaputt. Na die taugen ja richtig die Aliexpress Reifen. Und was auch richtig scheiße ist, sind diese Dämpfer hier. Die dämpfen nämlich Null, obwohl das Öldämpfer sind. Der hier dämpft noch. Sieht man das? Langsam. Und der hier? Gar nicht. Da sind zwei von vier komplett Schrott. Der dämpft glaube ich. Und der hier? Null. Null Dämpfung. So sehen die aus. Die hier sind das. Die waren total billig und die sind auch total Mist. Deswegen kauft euch die bloß nicht. Die laufen unten aus, sind unten undicht. Obwohl ich die richtig befüllt habe. Deswegen kauft euch die nicht. Egal für wieviel Euro. Könnt ihr auch gleich den Plunder drinnen lassen, der drin ist. Ja. Achso, das ist übrigens der Suchiyuu. Keine Ahnung, 16. Hast du mir nicht gesehen. Bye. Bye.